hier ist es das neue premium zertifikat umweltbildung gültig bis märz 20 27 haben wir bekommen vom deutschen wildgegenverband für unsere umweltbildung britta hat sich darum gekümmert und jetzt müssen wir das hier wechseln ein bisschen die schrauben lösen oder schrauben los gibt es gar nicht naja auf jeden fall hier kommt es hin unsere umweltbildung ist zertifiziert und ich muss weg machen wir schön dankeschön sieht gut aus finde ich gut da war eine menge arbeit so 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 so